Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie ganz herzlich begrüßen zu dieser Veranstaltung der Heinrich Beck, Stiftung Heinrich-Enrique Beck, um das ganz präzis zu benennen. Und wir sind hier eine kleine Truppe, die da vorne sitzt. Ich darf Ihnen vorstellen, Marco Kunz, er ist Professor für Spanische Literaturwissenschaft in Lausanne mit einem Lehrauftrag auch an der Universität Basel. Und hier haben wir unseren Hauptgast, unseren Gast, unseren Starr, das ist Ulrich Blumenbach. Und mit ihm werden Marco Kunz und ich nun ein Gespräch führen über das Übersetzen. Übersetzen ist ja eine inzwischen absolut unentbehrliche Tätigkeit, ein wichtiger Vorgang. Nicht nur in der Literatur, überall wird übersetzt. Aber jetzt in der Literatur, darauf wollen wir unsere Hauptaufmerksamkeit richten, geht es ja darum, was passiert beim Übersetzen. Und wir wollen mit diesem Abend, wir, das ist diese Heinrich-Enrique Beck-Stiftung, die ich eben erwähnt habe, wir wollen mit diesem Abend eine Art Tradition begründen. Fortan soll es jedes Jahr ein Gespräch übers Übersetzen geben, wo wir Fragen des Übersetzens, Probleme, Aspekte des Übersetzens besprechen. Und wir gehen davon aus, dass von diesen Fragen so viele noch ungeklärt sind, dass wir jedes Jahr mühelos ein Gespräch bestreiten können. Auch nach diesem Gespräch heute Abend werden uns noch einige Probleme durchaus einfallen wollen. Ulrich Blumenbach, Sie haben das dem Blatt entnehmen können, das auf den Tischen aufliegt, hat eine große Publikationsliste vorzuweisen. Und richtig bekannt geworden ist er mit dem Buch, das ich ihm jetzt für einen kurzen Moment wegnehme und kurz hochhalte, das ist die Übersetzung des Romans von David Foster Wallace, The Infinite Jest, der unendliche Spaß. Und heute Abend möchten wir einen Einblick gewinnen in deine Arbeit, Ulrich. Was machst du? Wie arbeitet ein hauptberuflicher Übersetzer? Also, wir lesen ja ständig Übersetzungen, haben aber oft keine Vorstellung, wie die zustande kommen. Gelegentlich meckern wir auch, weil wir es besser wissen und den Verdacht haben, das sei wohl was schiefgegangen. Also auch dann ist es immer noch nicht ganz klar, was ein Übersetzer macht, außer Fehlern vielleicht. Für wen tut er das, der Übersetzer, warum tut er das, was sind die Probleme, mit denen er zu kämpfen hat? Ich würde ganz gerne anfangen bei deiner aktuellen Tätigkeit und dann später übergehen, zusammen mit Marco Kunz und dich natürlich noch etwas intensiver befragen. Aber zunächst mal, du bist ja sozusagen die deutsche Stimme von David Foster Wallace und du bist, soviel ich weiß, gerade an einer Übersetzung eines weiteren, vermutlich des letzten Romans von David Foster Wallace. Was ist das für ein Roman? Wie weit bist du? Was sind da die Probleme? Der letzte Roman ist tatsächlich schon abgeschlossen inzwischen. Also ich bin vor zwei Wochen fertig geworden. Das ist der Pale King, auf Deutsch wird er heißen, der Bleiche König. Der Bleiche König, ja. Das ist tatsächlich sein letzter Roman, obwohl es noch lange nicht sein letztes Buch sein wird, denn in den USA gehen die Nachlassverwalter inzwischen dazu über, also ziemlich jeden Einkaufszettel zu veröffentlichen. Es wird also noch ein Band mit bislang nicht in Buchform, sondern nur in Anthologien und Literaturzeitschriften erschienenen fiktionalen Texten erscheinen und wahrscheinlich noch ein bis zwei Bände mit Essays, die auch alle schon gedruckt worden sind, also es sind keine echten Nachlasstexte, aber sie sind noch nicht gesammelt erschienen. Aber eben The Pale King ist in den USA im April letzten Jahres rausgekommen, wird in Deutschland hoffentlich im nächsten Herbst erscheinen. Das ist ein Roman, der in einer amerikanischen Steuerbehörde spielt. Also wenn Wallace versucht hatte, im Unendlichen Spaß sich mit der amerikanischen Unterhaltungsindustrie zu beschäftigen, so versucht er, oder so ist sein Projekt im Pale King, in diesem Nachlassroman, das andere Extrem, nämlich das einer der extrem langweiligen Arbeit in Großraumbüros. Er hat sich verschiedene Techniken überlegt, wie er das Thema Langeweile literarisch aufarbeitet, bearbeitet. Da können wir vielleicht auch noch im Detail drauf zu sprechen kommen, aber das muss vielleicht nicht bei dieser ersten Vorstellung sein. Sehr interessant finde ich an diesem Roman, es ist eine Art Gruppenroman oder Ensembleroman, das heißt, er hat nicht eine Hauptfigur, sondern deren mehrere. Und selbst bei den Figuren, die man zunächst für Hauptfiguren halten muss, wird man gelegentlich in die Irre geführt, denn sehr grob die erste Hälfte des Romans sind Vorgeschichten der Figuren, die später alle in dieser Steuerbehörde arbeiten, gehen weit in ihre Kindheiten und Jugendzeiten zurück. Manchmal tauchen diese Figuren später nochmal auf, manchmal werden sie Hauptfiguren, manchmal aber auch überhaupt nicht. Das heißt, es wird eine Erwartungshaltung aufgebaut, die nachher nicht eingelöst, nicht erfüllt wird. Nachdem eben diese Vorgeschichten einzelner Figuren erzählt worden sind, treffen sie sich alle in der Steuerbehörde und dann wird es tatsächlich eine Art Arbeitsroman, Milieuroman, Büroroman. Diese Figuren arbeiten zusammen, sitzen zusammen in den Büros, gehen nach der Arbeit zusammen einen trinken, feiern Betriebsausflüge, wohnen teilweise zusammen. Es ist das Amt, das sie zusammenfügt sozusagen. Ja, ich kenne den Roman überhaupt nicht, The Pale King, und ich weiß allerdings bloß, dass der Autor nicht mehr lebt, hat sich ja umgebracht vor ein paar Jahren schon, und mich interessiert aber, und das führt wahrscheinlich direkt in die Problematik deiner Arbeit, kann ich mir denken, in welchem Zustand ist der Roman zurückgeblieben, nachdem sich der Autor umgebracht hat? Das ist leider gleich ein ganz heikles Thema. Ich bin immer froh, wenn kein Verlagsangehöriger dabei ist, weil, nein gut, also Kipmerheuer und Witsch in Deutschland hat den Roman so eingekauft, wie er in den USA erschienen ist. Das Problem ist, Wallace hat vor seinem Suizid ein Packen von etwa 200 Seiten ausgedruckt, säuberlich geschichtet, neben seinen Computer gelegt. Sein Lektor, mit dem er seit 20, 25 Jahren zusammengearbeitet hat, also ein sehr erfahrener Mann, der Wallace hervorragend kannte, der mit seinen Texten vertraut war, mit seiner Art zu schreiben vertraut war, hat angefangen, auf Wallace' Festplatte zu buddeln und noch wahnsinnig viel Material aus dem Zusammenhang, aus dem Zyklus dieses Romans ans Tageslicht gebracht, sodass der endgültig erschienene Roman nicht 200 Seiten hat, sondern 550. Und das ist tatsächlich ein bisschen fragwürdig, denn die Qualität schwankt ganz einfach. Es gibt brillante Kapitel in diesem Roman, das sind in der Regel die, die wahrscheinlich in den 200 Seiten neben dem Computer lagen, die teilweise auch schon in Anthologien oder Zeitschriften vorveröffentlicht worden sind. Und es gibt Passagen, die Wallace, hätte er länger gelebt, ganz sicher nochmal überarbeitet hätte. Das ist natürlich schwierig. Das ist schwierig. Also wer hat da alles mitgeschrieben? Der Lektor? Es ist ein Fall wie bei Raymond Carver, wo der Lektor wirklich... Nein, da muss ich ihn gleich in Schutz nehmen. Mitgeschrieben hat er ganz sicher nicht. Er hat gruppiert. Denn es gab natürlich keine endgültige abschließende, vom Autor verfügte Reihenfolge der einzelnen Kapitel, der Passagen. Das heißt, die Struktur, die ich eben zu skizzieren versucht habe, die ist eine vom Lektor, nicht vom Autor erzeugte Struktur. Also die Abfolge von Vorgeschichten und dann Büroroman. Aber der Wortlaut ist vom Autor in jedem Fall. Ja, ich würde mal sagen in 100% der Fälle. Also nach den Stellungnahmen, nach dem Vorwort des Lektors und Herausgebers natürlich zu urteilen, hat er wirklich nur ganz offensichtliche Tippfehler verändert und sonst nichts. Dann bist du also als Übersetzer in eine ganz schwierige Lage geraten. Der Übersetzer ist ja auch der genaueste Leser. Kein Mensch liest einen Text so genau wie der Mensch, der ihn in eine andere Sprache übertragen muss. Da merken natürlich auch alle Probleme, alle Figuren, die verloren gegangen sind, alle falschen Anschlüsse, alle nicht eingehaltenen Versprechen und so weiter und die falsch gewählten Zeiten und die misslichen Konjunktive. Hast du da Funde gemacht? Erstaunlicherweise nicht im Pale King oder nur ganz, ganz wenige. Ich weiß nicht, wie es dazu kommt, aber Wallace war auch in den Passagen, die er nur erst am Computer geschrieben hatte. Vermutlich schon überarbeitet, das wissen wir ja einfach nicht, wie viele Überarbeitungsphasen, Fassungen da schon vorlagen. Aber auch dort ist er ein ungeheuer genauer Autor. Das heißt, wirkliche Fehler und zumal auf den Ebenen, die du jetzt meinst, also Anschlussfehler, Bezugsfehler, Zeitenfehler und so, sind mir gar nicht untergekommen. Der einzige Fehler, den ich hier wirklich bemerkt habe, ist einer, die Figuren, die nachher in der Steuerbehörde arbeiten, werden immer mit ihren Sozialversicherungsnummern benannt. Also es gibt verschiedene Sprecher, der Name taucht auf und dahinter steht die Sozialversicherungsnummer, die im Roman auch, also narrativ, eine gewisse Rolle spielt, muss ich jetzt nicht ausführen. Und da haben einmal zwei Figuren dieselbe Sozialversicherungsnummer. Könnte ja auch ein ganz interessanter, erzählerischer Trick sein. Ja, kann es sein, denn es gibt einen ganzen Subplot in diesem Roman, der sich genau darum dreht, dass zwei Figuren von den Computern der Steuerbehörde verwechselt werden. Aber das sind nicht die beiden, die eben die falsche Nummer haben, sondern ich nehme mal an, Wallace hat so gearbeitet, er hat sich einfach fiktive Sozialversicherungsnummern auf einen Zettel geschrieben und sie den Figuren zugeordnet und irgendwann hat er vergessen, eine durchzustreichen und die auch für die nächste Figur wiedergenommen. Also, das ist meine Erklärung. Aber das ist tatsächlich der einzige ganz platte, handwerkliche Fehler, den ich in diesem Roman entdeckt habe. Du sagst, dass der Roman in der Steuerbehörde spielt, das ist ja nicht der Ort, den wir freiwillig aufsuchen eigentlich, aber es ist vielleicht ein ganz guter Ort, Figuren anzusiedeln, sie dort handeln zu lassen, sie auch kenntlich zu machen. Ich denke mir, dass eine Steuerbehörde natürlich ein ganz bestimmtes Vokabular verfügt, bestimmte Vorgänge kennt und so weiter. Das ist eine Welt für sich, das bildet sich auch sprachlich ab. Hast du dich da schlau machen müssen? Kennst du dich aus in Steuerbehörden? Das sind zwei verschiedene Fragen. Ja, ich habe mich schlau machen müssen. Nein, ich kenne mich nicht aus. Deswegen das eine als Folge des anderen. Ja, genau. Nein, ich habe wahrscheinlich für diesen Roman so viel Recherche betreiben müssen wie für keinen anderen und das bezieht auch den unendlichen Spaß ein, weil sich das Steuerrecht zweier Länder eigentlich immer unterscheidet. Hier auf jeden Fall ganz gravierend, also das der USA sieht nun mal anders aus als das Deutsche Schrägstrich Schweizer. Das geht schon bei der Steuerphilosophie los. Also warum erhebt man Steuern und wie werden Steuern erhoben? Veranlagen sich die Menschen selbst oder schickt die Steuerbehörde Ihnen die Steuerbescheide? Das geht ganz weit zurück in die Rechtsphilosophie und da habe ich mich wahnsinnig einarbeiten müssen und bin natürlich nicht endgültig schlau geworden. Ich hoffe, ich habe immer die richtigen Wörter, Begriffe, Terminologien verwendet, aber es war gelegentlich ein Übersetzen im Blindflug. Also ich habe Wörter in irgendwelchen Quellen, in irgendwelchen Glossaren gefunden und sie dann benutzt nach Doppel- und Dreifachchecks, aber ich bin nicht sicher, dass es die richtigen sind und schon gar nicht habe ich verstanden, worum es geht. Was mich getröstet hat war, es gibt nur wenige Bücher über das amerikanische Steuerrecht auf Deutsch, weil das braucht man ja hierzulande nicht oder nur Unternehmen brauchen das, die einen Teil ihrer Gewinne, ihres Umsatzes in den USA versteuern müssen oder aber umgekehrt. Das heißt einfach Grundlagen des US-amerikanischen Steuerrechts und ich habe mich da reingefuchst und habe irgendwann laut gelacht, als ich in einer Fußnote auf den Satz stieß. Section 460 IRC trifft hierzu die entsprechende Ausgleichsregelung, die an Komplexität und Unverständlichkeit kaum zu überbieten ist. Wenn das zwei Steuerhistoriker schreiben, die ein ganzes Buch, eine ganze Monografie über das amerikanische Steuerrecht schreiben, dann ist das eine Armuts- oder Bankrotterklärung und ich bin heilfroh, dass es denen genauso geht wie mir. Zum sich schlau machen, habe ich hier in Ihrer Übersetzung, wo nun endlich er sparscht, die Nachbemerkung des Übersetzers, das ist eigentlich eine Danksagung, das ist meistens nicht das Spannendste in einem Buch, aber hier ist es doch ganz interessant, wofür Sie sich bedanken und ich möchte das mal vorlesen, nicht die Namen der Leute, bei denen Sie sich bedanken, sondern wofür. Da steht zum Beispiel für das Anlegen umfangreicher Dossiers zu bildenden Kunst, fürs Pfadehauen durch die Dickhichte der medizinischen Fachsprache, für kindersprachliche Einsprengsel, für Nostalgie-Trips in die Gegenkultur der 60er Jahre, besonders interessant für baseldeutsche Originaltöne, für das Auseinanderklamüsern grüppischer Passagen im Gebäcker Französisch, für die Unterstützung bei Hard- und Softwareproblemen, für die kurzen und knackigen Einführungen in Integral- und Differenzialrechnung, für einige Gedichtzeilen von Emily Dickinson und Sir Walter Scott, fürs Erhellen verschiedenster Anspielungen auf US-amerikanische Fernsehserien, für filmterminologischen Beistand, für kundige Beratung bei allen Tennis-Fragen, für Hilfestellung ganz anderer Art, sowie schließlich den Mitgliedern der Wallis-News-Group für die Offenlegung ihres Arkanwissens, Sie danken für die Beantwortung von Kraut- und Rübenfragen und für das Beisteuern von Karlauern, Reimen und Wortspielen. Und können Sie dazu vielleicht noch etwas sagen, das ist schon mal beeindruckend, ich habe jetzt erst 300 Seiten gelesen, aber man merkt. Eigentlich haben Sie damit schon alles gesagt oder ich müsste dann in die einzelnen Beispiele einsteigen. Ich freue mich, dass zwei der Gewährsleute, also Sie haben jetzt nur die Themen benannt, aber die entsprechenden Experten, die ich dazu konsultiert habe, zwei von denen sitzen im Raum, Thomas Schacht hat beim Tennis geholfen und Nana Badenberg diese kunstgeschichtlichen Dossiers angelegt. Da ging es um die ganz simple Frage, wie heißt eine bestimmte, Nana, was war es, eine Lithographie von Dürer. Es gibt diesen großen Zyklus von Dürer über die Apokalypse und eine dieser Dürer-Reproduktionen hängt bei einer Frau im unendlichen Spaß im Badezimmer und ich konnte nicht den genauen deutschen Titel dieses Dürer-Kunstwerks rauskriegen und habe tatsächlich, also Nana hat mir immer wieder neue Sachen geschickt, habe 30 oder 40 Seiten Reproduktionen dieser Dürer-Stiche mit verschiedenen Titeln gefunden, wenn das eine Antwort ist. Und die baseldeutschen Originaltöne? Ja, das war nun eine eigene Figur. Wallace entwirft eine Figur, also, es gibt im Moment endlich einen Spaß, ganz viele Treffen bei den anonymen Alkoholikern, also diese Selbsthilfegruppen, wo verschiedene Leute aufstehen, sich zu Wort melden, nach vorne ans Podium gehen, immer mit dem Satz anfangen, ich heiße James und bin Alkoholiker. Also dieses Geständnis muss sein, denn nur wer sich dazu bekennen kann, Alkoholiker zu sein, kann hoffen, irgendwann die Sucht zu überwinden. Und da kommen verschiedenste Figuren zu Wort, aus verschiedensten sozialen Schichten und eben ein irischer Immigrant, der ein so breites irisches Englisch oder eben irisches Amerikanisch spricht, dass ich bei manchen Wörtern Wochen oder Monate lang gegrübelt habe, wie ich die phonetisch zu entzerren hatte, um daraus ein normal englisches Wort zu machen. Und ich habe mich gefragt, wie stelle ich diese Fremdheit, die dieser Ire für amerikanische Leser haben muss, auf Deutsch wieder her. Und war dann natürlich als Referenz an meinen heutigen Wohn- und Lebensort, habe ich dann eben einen Basler genommen und das mit einem Historiker hier von der Uni Basel zusammen übersetzt. Also ich habe praktisch dieses irische Amerikanisch erstmal in eine standarddeutsche Version übersetzt und dann haben wir uns an einem Abend mit einer Flasche Rotwein und so zusammengesetzt und er hat mir das ins Baseldeutsch weiter übersetzt. Noch nicht unbedingt, und jetzt könnte, bei Ihnen hier in Basel darf ich darüber fachsimpeln, anscheinend war das noch nicht perfekt, denn das war ein Trucker, ein Lasterfahrer und ich hörte dann, ich habe diese baseldeutsche Passage dann mal in einem Seminar auch hier an der Basler Uni diskutiert und es gab Kritik aus den Reihen der Studierenden, dass dieser Historiker das tatsächlich in das Baseldeutsch des Deichs übersetzt hätte, also der Basler Oberschicht und eine Studentin meinte, das passt aber nicht zu diesem Trucker. Da hätten wir das Baseldeutsch der Mutentzer Kurve oder so nehmen müssen, um wirklich das milieugerecht, sozialspezifisch hinzukriegen. Da kann ich nur sagen, ja, ich bin eben Norddeutscher, das sind Feinheiten, die mir entgangen sind. Die merken zum Glück auch nur 300.000 Menschen, aber die leben alle in Basel. Wir lesen das Buch dennoch natürlich nicht. Hoffentlich. Habe ich das recht verstanden? Also ist dieser andere Roman, der Pale King, ist jetzt also in Deutschland in einem Steueramt angesiedelt, hast du dich da auf irgendeine... Nein, 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 das spielt weiterhin Peoria. Ich war im Mittleren Westen. Ja, aber du hast dich doch irgendwo auch auf das deutsche Steuerrecht berufen müssen. Du musst die Leute doch irgendwo festnageln. Nein, eigentlich nicht. Wenn sich das Steuerrecht so unterscheidet und Wallis fachsimpelt in dem Roman, also geht in die Einzelheiten, geht in die Details des Steuerrechts rein, das kann ich ja nicht in ein anderes Steuersystem übersetzen. Da kann ich, wenn überhaupt, und vielleicht zieht deine Frage darauf ab, da kann ich versuchen, kommentierend zu übersetzen, also den Text ein ganz klein bisschen länger zu machen, damit die Feinheiten, die Differenzen des Steuerrechts dem deutschsprachigen Leser, Entschuldigung, hoffentlich klar werden. Das wird in Nebensätzen gemacht oder in Fußnoten, in Klammern? Nein, in Fußnoten eigentlich nie. Nein, davon sind die Verlage, wie die Übersätze schon vor 10, 20, 30 Jahren abgekommen. Früher wurde das gemacht. Nein, man versucht, ja, es können Nebensätze sein, gelegentlich reicht ja auch schon ein zusätzliches Adjektiv oder so, das hängt wirklich sehr davon ab, worum genau es geht. Ich habe dazu auch kein Beispiel, beziehungsweise kein Beispiel aus dem Pelking, ich habe aber ein ganz anderes mitgebracht, wenn du das hören möchtest oder wenn Sie das hören möchten. Ich war neulich bei einer Übersetzerwerkstatt in Berlin und da war ein Übersetzer, der aus dem Suaheli übersetzte, ein Roman, der auf Sansibar spielt und der hat natürlich ständig mit solchen Problemen zu kämpfen. Wir, beim Übersetzen aus dem Englischen wie wahrscheinlich auch aus dem Französischen, Spanische, es könnte schon ein bisschen anders sein, haben mit solchen kulturellen Differenzen verhältnismäßig wenig Schwierigkeiten, weil wir durch Fernsehen, Radio, Medien allgemein mit diesem Kulturraum, mit dem anderen Kulturraum einigermaßen vertraut sind. Mit dem von Sansibar eben gar nicht und der hatte also den Satz... Erklär doch mal schnell, aus welcher Sprache in welche Sprache im Suaheli ins Deutsche übersetzt er. Und da tauchte der Satz auf, der wörtlich übersetzt folgendermaßen gelautet hätte. Mit seinem Kansu aus weißer, leichter Baumwolle und seiner Bulbul Baragachia Kofia war der Sheha ein Mann gesetzten Alters. Bei dieser wörtlichen Übersetzung haben wir einfach überhaupt kein Bild vor Augen. Wir merken, es wird anscheinend sein Äußeres, seine Kleidung beschrieben, weil das Wort Baumwolle schon im Original auftaucht, aber vom Rest, wir haben kein Bild vor Augen. Und das hat Guido dann ein bisschen ergänzend übersetzt. In seinem weißen Kansu, dem Ganzkörpergewand aus leichtem Baumwollstoff und mit seiner Kofia auf dem Kopf, einer bestickten, runden Kappe, im typisch sansibarischen Bulbul-Baragachia-Stil präsentierte sich der Sheha ganz als Mann gesetzten Alters. Sie merken beim Hören, der Satz wird sehr viel länger. Das kann in manchen Textsorten ein Problem sein. Wenn der Autor kurze Sätze schreibt, darf ich ihn nicht so auf diese Art und Weise aufblähen, um zusätzliche Informationen unterzubringen. Das spielt in diesem Roman aber zum Glück keine Rolle, konnten wir bei der Übersetzer-Werkstatt sehen und dann darf man das. Richtige Dienstleistung zur Hand des Publikums natürlich. Ganz genau, das ist eine Hilfestellung. Damit, ich meine, jetzt wissen wir, dass dieses komische Bulbul-Bagachia-Ding eine Kappe ist und kein Schuh und kein Gürtel und kein Schmuck. Du musst dich ja nicht nur sachlich, fachlich vertraut machen, jetzt wenn wir ein bisschen Beispiel bleiben, mit The Pale King, mit den Abläufen, den Gepflogenheiten eines Steueramtes und das hat ja auch viel mit Vokabular zu tun. Und ich habe irgendwo mal gelesen, dass David Forster Wallace ja aus einem sehr erodierten, sehr gepflegten, gebildeten Milieu stammt. Deine Eltern sollen sich nachts vor dem Einschlafen aus dem Ulysses vorgelesen haben von James Joyce. Also das ist ungefähr die Flughöhe. Also das muss ja voll Bücher gewesen sein und frühe Anregungen zum Schreiben und so. Und wie machst du das? Nicht, dass ich dir jetzt unterstelle, das nicht zu haben, dieses sprachliche Niveau, aber es muss ja irgendwie auch gepflegt und ausgebaut werden. Und es muss ja irgendwo noch was passieren, um diese Reichhaltigkeit des Wortschatzes irgendwie jetzt auch in Bezug auf das Steueramtsmilieu zu sichern. Wie bist du da vorgegangen? Erstmal wieder eben mit diesen Monoraphien und Glossaren zum Steuerrecht, um einen Moment noch dabei zu bleiben. Solche Bücher, die ja erstmal eine wahnsinnig trockene Materie sind, können unter übersetzerischen Gesichtspunkten irgendwann sehr spannend werden. Man lässt sich dann tatsächlich auch irgendwelche Fachbegriffe wirklich auf der Zunge zergehen, die entwickeln ihre eigene Schönheit, ihre eigene Ästhetik. Sie mögen sich da am Kopf fassen oder mir den Vogel zeigen, aber das ist faktisch so. Und das gilt für eigentlich alle Wissensgebiete, die dann zu Sprachgebieten werden. Sprachfelder, die sich neu erschließen. Natürlich muss ich die immer zu erweitern, in alle Richtungen. Ich tue es eben durch das Konsultieren von solchen Monografien oder Datenbanken im Internet, die mir den Wortschatz einzelner Wissensgebiete aufschlüsseln, aufgliedern. Ich muss, du hast sehr recht, Wallace kommt aus dem besten amerikanischen Bildungsbürgertum. Wir glauben manchmal nicht, dass es das überhaupt geben könnte, aber doch, das gibt es. Mindestens im Mittleren Westen, wo er aufgewachsen ist, der hatte einen riesen Wortschatz, er hat ihn noch bewusst erweitert, er soll, ist eine der beliebtesten Anekdoten zu seiner frühen Biografie, er soll als Jugendlicher das Oxford English Dictionary gelesen haben, so wie ich Krimis oder Liebesgeschichten oder Perry Roden Hefte gelesen habe. Das heißt, das größte Wörterbuch der englischen Sprache und er hat es exzertiert, er hat sich die schönsten Definitionen der schönsten Wörter, die er gefunden hat, in Notizbücher aufgeschrieben. Wie reproduziere ich das auf Deutsch? Also ich bin tatsächlich auch ein begeisterter Leser, nicht nur des ganz großen, also des achtbändigen Duden-Wörterbuchs der deutschen Sprache geworden, sondern habe auch für die Übersetzung schon vom unendlichen Spaß das Grimmsche-Wörterbuch lieben gelernt, was es zum Glück bei 2001 mal in einer digitalen Version Garant. Habe ich auch, ja, toll, unverzichtbar. Unverzichtbar, ja. Läuft nicht mehr unter Windows 7, dies aber nur als kurze Kritik an Bill Gates. Nein, Entschuldigung, ich komme vom Thema ab. Ja, Wortschatz, nein, das ist klar, du hast natürlich da irgendwie gleichziehen müssen, also du bist jetzt beim Wortschatz gewesen, du musst ja mithalten, du musst halt diese Ausfächerungen, diese kleinen Möglichkeiten, die Wallace nutzt, ja im Deutschen irgendwie wiedergeben. Du kannst sie aber nicht wortwörtlich wiedergeben immer, du musst sie ja irgendwie nachstellen. Was meinst du jetzt genau, also tatsächlich Satzbaufragen? Satzbaufragen, aber auch, ich meine, dass gewisse Wörter wahrscheinlich im Englischen existieren, die es im Deutsch halt, für diesen Deutschen kein Entsprechung gibt. Es gibt ja so welche, also. Ja, es gibt so Sprachspezifika, natürlich. Drugstore zum Beispiel, Beispiel Drugstore, wie machst du das auf Deutsch? Da ist wieder mein Glück beim Übersetzen aus dem Englischen, dass vieles schon in Englisch bleibt. Ein Drugstore kann ich tatsächlich als Drugstore stehen lassen, weil es eben keine Drogerie und auch keine Apotheke ist. Das wäre beides leicht verfälschend. Ein Drugstore ist mehr als das und ein Tante-Emma-Laden ist es auch noch. Auf der Lexikale, also auf der Wortschatzebene, nein, da bin ich Optimist und da glaube, ich, gibt es immer Entsprechungen im Deutschen, ich muss sie nur finden. Schwieriger ist es tatsächlich bei Sprachstrukturen, die die andere Sprache nicht hat, also meinetwegen im Englischen die Question Tags, also dass man sehr höflich sich ausdrückt durch die nachgehängten Fragen oder so. Aber dafür haben wir im Deutschen natürlich andere sprachliche Eigentümlichkeiten, die das Amerikanische wiederum nicht hat. Also den reicheren Wortschatz an Modalpartikeln oder so, also den kleinen Abtönungswörtern oder so, mit denen man sehr viel machen kann. Oder Compositor, das Deutsche hat Compositor, die das Englische nicht hat, nicht in dieser Form und die sich sehr oft zum Ersetzen von Strukturen, die anders verloren gehen würden, eignen. Ja, also zum Wortschatz, ich finde die Lektüre von unendlicher Spaß, dass ich nicht auf Englisch kenne, auf Deutsch wirklich faszinierend wegen der Sprache. Man sagt, die Ideen, die Geschichte, die Figuren, die stammen vom Autor, aber die Sprache ist die des Übersetzes und erstens mal, es gibt Textpassagen in einer ganz anderen Sprache geschrieben, zum Beispiel die Kindersprache und eben auch der Wortschatz, also etwas ist mir geblieben, das Wort der Kniebeißer, das vorkommt, das steht, findet man sicher nicht im Grimmischen Wörterbuch, aber ich habe das mal wo gelesen, es gibt so ein Wörterbuch der Jugendsprache, und solche Begriffe findet man da, die haben natürlich vielleicht auch nicht die längste Lebenszeit, ich meine, ich fand es den Kniebeißer, es gibt ja auch nicht, ob alle wissen, was ein Kniebeißer ist hier, das ist ein kleines Kind und da wirklich das fasziniert mich, wie Sie solche Begriffe finden auch, denn die stehen nicht einfach im Wörterbuch und treffen in den Text einbauen. Ja, wo finde ich die, das weiß ich tatsächlich manchmal selber nicht, da bin ich überfragt, also wie gesagt, ich benutze Wörterbücher, ich benutze Datenbanken, ich benutze Synonymlexika, übrigens gerne auch historische, es gibt einige deutsche Wörterbuchverlage, haben sich darauf verlegt, Wörterbücher aus dem, also Synonymlexika auch aus dem 18. und 19. Jahrhundert nachzudrucken, die oft eine große Hilfe sein können. Bei mir ist es aber auch so, ich versuche einfach viel zu lesen und schreibe mir eigentlich immer solche auffälligen Ausdrücke raus, originäre Ausdrücke, originelle Ausdrücke raus, versuche die in eigenen Wörterbuchdateien festzuhalten, in ihren spezifischen Verwendungskontexten, also eben Kniebeißer einfach als ein Synonym für Kind neben Rots, Göre. Das machst du auf Vorrat? Das mache ich auf Vorrat und das mache ich tatsächlich schon seit 20 Jahren, wenn nicht länger, also mindestens seit ich literarischer Übersetzer bin, lege ich solche Wörterlisten an. Ich nehme an, sehr viele literarische Übersetzer arbeiten sehr ähnlich, zumindest haben wir, Übersetzer vernetzen sich auch, darüber wollten wir auch noch zu sprechen kommen, darauf wollten wir auch noch zu sprechen kommen. Es gibt in großen Städten Übersetzer-Treffen und wir hatten eins in Berlin und haben beim Berliner Übersetzer-Treffen, der Englisch-Übersetzer, hatten wir irgendwann ein kleines Jubiläum, wir wollten das selber feiern, wurden fünf oder zehn Jahre alt und dazu auch wollten eine kleine Publikation machen, nur für uns selber, so damals noch hektografiert. Und da sagte die Initiatorin am Ende, die war ganz enttäuscht, keiner von uns hat irgendwie ein Essay oder eine Glosse oder so über das Übersetzen oder dieses Übersetzer-Treffen geschrieben, sondern alle haben nur Listen abgeliefert. Anscheinend bin ich also nicht der Einzige, der solche Wörterlisten anlegt, sondern das machen viele Kollegen, das ist eine Deformation professionell. Aber so kommen wir eben zu unserem Wortschatz und können dann bei entsprechender Aufbereitung, also wenn ich diesen Wortschatz irgendwie griffbereit habe, wenn ich ihn mir zugänglich machen kann, wenn ich am Computer sitze, kann ich dann eben meine Übersetzung damit füttern, damit aufpeppen. Jetzt warst du vorhin gerade im Begriff was vorzulesen, ich weiß nicht mehr, was gerade das Sprungfeld war, aber du wolltest noch was vorlesen, du hast noch einen Textauszug, glaube ich, mitgebracht. Ich habe allerlei Textauszüge dabei. Ja, wir brauchen einen Anlass dazu, wir brauchen eine gute Überleitung. Ja, wir kommen noch auf die. Du hast für verschiedene Anlässe, hast du... Ich habe für verschiedene Anlässe einfach Material mitgebracht, aber wenn du so mit der Frage kommst, dann weiß ich nicht, was ich lesen. Ja, ist klar. Ich bin plötzlich in den Sinn gekommen, dass du so angesetzt hast und wahrscheinlich hat mich mit deiner Frage irgendwo was durcheinander gebracht. Aber so wie es ja auch Autoren gibt, die vor jedem Anlass eine Rede schreiben können, haben wir hier jetzt einen Stapel von Papieren, die sich für alle möglichen Anlässe eignen werden. Einen Punkt, den ich dir ja schon in der Vorbereitung mal genannt habe, der mich interessiert, das betrifft die Partikel, diese Kleinigkeit. Du hast es schon ein bisschen angesprochen. Ist das in dieser neuen Arbeit auch so aufgetaucht wie bei permanentlichem Spaß? Diese vielen kleinen, färbenden Partikelchen, die das Englische kennt, die wir im Deutschen ja oft nur mühsam nachbilden können. Es gibt ja im Englischen die Möglichkeit, mit zwei Wörtern was zu sagen, wofür es im Deutschen einen ganzen Satz braucht. Ja, also erstmal da unterscheiden sich die beiden Bücher nicht so sehr, denn dieses Charakteristikum hat tatsächlich die englische Sprache und wir haben immer Mühe, das genauso kurz und knapp zu sagen. Da habe ich jetzt auch keine Patentlösung. Ich suche wirklich jeden Tag aufs Neue nach Möglichkeiten, solche Sachen genauso knapp zu machen, wie sie im Original sind, um das einfach nicht aufzublähen. Deutsche Texte, deutsche Übersetzungen, meinetwegen von Minimalisten wie Raymond Carver, wo du den vorhin nanntest, können unheimlich lang werden, wenn man sich da nicht vorsieht. Eventuell sind diese unauffälligsten Strukturen des Englischen im Pale King, im Bleichenkönig, tatsächlich noch wichtiger als im unendlichen Spaß, denn im unendlichen Spaß hat Wallace noch ziemlich auf die Tube gedrückt. Also das ist ja, auch wenn es sein Hauptwerk ist, muss man sagen, es ist auch ein Jugendwerk. Und Wallace wollte sich noch was beweisen, wollte sich selber fast mehr beweisen als einem Publikum. Das heißt, er neigt zu einer exzessiven Rhetorik. Und das hatte er im Pale King in diesem für Angesicht seines kurzen Lebens Spätwerk nicht mehr nötig. Da hatte er sich diese rhetorischen Hörner abgestoßen und schreibt also weit mehr ein Standardamerikanisch, das gar nicht mehr so auffällig ist. Also eben Übersetzungen ins Baseldeutsch waren nicht mehr nötig, weil er selber nicht mehr so extrovertiert, so bewusst, auch blöffend gelegentlich, das ist nicht nur sympathisch. Sein Stil im unendlichen Spaß ist nicht nur sympathisch. Das hat er nicht mehr nötig. Er kann sich wirklich ganz auf den Stoff konzentrieren, den er erzählen will. Er muss keine Mätzchen mehr machen. Jetzt ist das Leben eines Übersetzers ja nicht nur geprägt vom frühen Aufstehen und späten Zu-Bett-Gehen über Listen gebeugt sein und Wörterbücher blättern und spärliche, kleine, nichtsagende Abrechnungen zu kontrollieren. Das Leben eines Übersetzers wird ja auch begleitet von gelegentlicher Kritik, von herber Kritik. Es gibt ja diese Spezialrubrik der Übersetzungskritik, wo sich ja dann viele Berufen fühlen, an der Übersetzungsarbeit etwas auszusetzen. Das kann ja manchmal ganz hilfreich sein. Manchmal ist es es wohl weniger. Was sind deine Erfahrungen mit Übersetzungskritik? Wie gehst du damit um? Also ich will jetzt noch vorausschicken, Ich habe jetzt in den letzten Wochen immer wieder sowas gelesen. In der Neuen Zürcher Zeitung war was an deiner Pike-Biermann-Übersetzung, das hat sie darauf kommen, ja vielleicht noch zu sprechen, auch über die Produktionsbedingungen einer Übersetzung. Dann hat Thomas Steinfeld in der Süddeutschen vielleicht zu sehr das Nachwort von Elisabeth Edel kritisiert und ihre Attitüde als einzige neue Übersetzerin des Madame Bovary von Gustave Lobert und so weiter. Also es gibt da immer wieder scharfe Handkantenschläge und das hat doch sicher auch Konsequenzen für die Arbeit, für die Moral, für die neuen Aufträge und so weiter. Was sind deine Erfahrungen damit? Das ist ein sehr weites Feld. Also erstmal, ich meine, man muss einfach eine dicke Haut entwickeln, aber eigentlich wie jeder Kulturschaffende, der mit seinem Werk im Licht der Öffentlichkeit steht. Du mit deinen Artikeln, sie mit ihren Arbeiten, ich mit meinen Übersetzungen, der Autor mit seinen Schriften. Das ist ein Berufsrisiko. Wie gehe ich damit um? Also bleiben wir ruhig bei dem Beispiel von Pike-Biermann, einfach weil es gerade in der Neuen Zürcher war, also da war ein Rezensent, der hat ein Buch ganz toll aus dem indischen Englisch übersetzt, ganz toll gefunden, die Übersetzung aber sehr schlecht. Die Neue Zürcher hat aber Pike-Biermann, der Übersetzerin, das Recht auf eine Replik eingeräumt, sie also selber dazu Stellung nehmen lassen. Und was ich tatsächlich auch am interessantesten fand, ist, was du jetzt schon sagst, Pike-Biermann hat dabei auf die Produktionsbedingungen abgehoben, unter denen heutzutage Literatur übersetzt und die Übersetzung veröffentlicht wird. Denn sie sagt, sie habe dieses Buch, dessen Übersetzung moniert wurde, nach einem PDF-File übersetzt. Das heißt, das war noch gar nicht die endgültige Fassung. Sie hat nicht das endgültige Buch vorgelegt bekommen und nach dem übersetzt. Der Rezensent kritisierte die Verwendung des Wortes Zweiteiler, wo im ihm vorliegenden englischen Buch Kamees, glaube ich, stand, also ein bestimmtes indisches Gewand. Und Pike-Biermann konnte das ganz kurz, konnte mit dem Satz, ja, in ihrem PDF-File hatte aber noch De Pies oder so gestanden, oder das englische Wort für De Pies, ich weiß jetzt nicht mehr, ein Zweiteiler gestanden. Also hat sie das übersetzt. Der Autor hat erst danach, in der allerletzten Fahnenkorrektur diesen indischen Begriff, wenn es in Kamees war, ich weiß es nicht mehr, hundertprozentig, eingefügt. Das finde ich hochinteressant, dass das mal in der Öffentlichkeit gesagt wird, unter welchen Bedingungen wir übersetzen. Ich übersetze auch jetzt wieder ein Buch, oder werde es als nächstes übersetzen, von dem ich bisher nur den letzten Druckauszug des Autors habe, also noch nicht mal eine lektorierte Fassung, wo noch ganz einfache handwerkliche Fehler drin sind. Die vergessenen, die Wörter, die man zu löschen, vergessen hat und so, stehen noch drin und der Satz geht dann anders weiter. Ganz offensichtlich ja einfach ein Tippfehler. Das wurde dir jetzt schon gegeben, obwohl das vielleicht der Autor gar noch nicht abgesegnet hat. Und geht der Verlag davon aus, dass das deine Grundlage ist? Nein, 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 in dem Fall zumindest nicht, sondern da kriege ich noch. Das ist mehr zur Kenntnisnahme. Das ist mehr zur Kenntnisnahme, um mich einfach schon mal einzuarbeiten in die Materie, das Buch überhaupt zu lesen, zu wissen, was auf mich zukommt, den Vertrag unterschreiben zu können. Aber übersetzen werde ich hoffentlich nach einem fertigen Buch. Gut, ja. Aber wenn wir das noch ein wenig ausdeutschen, heißt das ja, diese Arbeitsbedingungen sind ja auch gekennzeichnet durch einen großen Stresszeitdruck. Also worüber sich B.G. Biermann als versierte Übersetzerin beklagt hat, war ja diese Notwendigkeit, relativ schnell arbeiten zu müssen für wahrscheinlich nicht sehr viel Geld. Und das ist, glaube ich, schon ein Teil der Arbeits-, also Produktionsbedingungen von Übersetzern. Schnell arbeiten, der Verleger steht so neben dem Schreibtisch und reißt einem das Blatt schon aus der Hand, bevor es fertig übersetzt ist und kommt mit einem schäbigen kleinen Scheck daher. Ist das so? Ja, grundsätzlich ja. Ich weiß die Antwort, aber ich muss dich dazu bringen, dass du etwas... Ja, ich kann das auch noch ausdeutschen. Ja, wir arbeiten in aller Regel unter hohem Zeitdruck, weil der Literaturbetrieb einfach sich beschleunigt hat in den letzten Jahren. Die Bücher müssen immer schneller rauskommen. Was übrigens auch daran liegt, dass, wieder besonders beim Übersetzen aus dem Englischen, die Originale weit besser auch in Deutschland gelesen werden können als früher, weil die Fremdsprachkenntnisse der Leute einfach höher sind. Ich habe zum Beispiel mal nur ein paar Erzählungen von Nick Hornby für Kippenheuer und Wiltsch übersetzt und da pressiert der Verlag... Nein, sehen Sie, wenn ich versuche, Schweizerdeutsch zu sprechen, geht doch schief. Also da drückt der Verlag ganz ungeheuer auf die Tube, damit nicht die Leser, die Englisch können und Nick Hornby ist tatsächlich nicht schwer zu lesen auf Englisch, damit die nicht alle das Original kaufen, sondern er, der Verlag, die deutsche Übersetzung verkaufen kann. Das ist also anders als früher. Der Literaturmarkt ist schneller geworden und das wird auf unserem Rücken ausgebadet. Wir müssen auch immer schneller produzieren und ja, die Honorare sind nicht mitgestiegen, die sind immer noch zu wenig. Jetzt weiß ich nicht, wie sehr ich hier Krokodilstränen heulen soll. Es ist eigentlich bekannt, wir kriegen zu wenig Geld. Es tut sich viel zum Glück. Der Deutsche Übersetzerverband versucht, die Konditionen zu verbessern und zwar auf mehreren Ebenen. Erstmal soll einfach das Grundhonorar steigen. Wir kriegen Seitenhonorare. Das sind Honorare von der Hand in den Mund. Wir liefern die Übersetzung ab und kriegen dafür ein Honorar, das sich nach der Länge des Textes bemisst und dessen Höhe bei Vertragsabschluss ausgehandelt wird. Woran wir jetzt ein Interesse haben, ist nicht mehr nur von diesem Hand in den Mund in den Honoraren zu leben, sondern am Erfolg der Bücher beteiligt zu werden. Also wir wollen Erfolgsbeteiligungen haben, was natürlich auch für uns ein Risiko ist, so sehr wie für den Verlag. Wir können eine späteinsetzende, aber dann hohe Beteiligung aushandeln, aber das Buch erreicht nie die hohe Auflage, die wir uns versprochen haben. Dann gucken wir wieder in die Röhre, wie bisher auch. Es kann umgekehrt kommen, wir handeln eine frühe Beteiligung aus, die dann deutlich niedriger ist und haben Glück, auch wenn sich das Buch nicht gut verkauft. Und die dritte Säule soll sein, eine Nebenrechtsbeteiligung. Das heißt, wenn ein Hardcover-Verlag das Buch an einen Taschenbuchverlag verkauft, dass wir dann von den Erlösen, von den Lizenzerlösen, den Tantiemen auch was abkriegen. Aber ich glaube, das ist genug fachgesimpel. Ja, gut, das ist wichtig. Jetzt hast du einen hochkomplexen Roman, zwei komplexe Romane übersetzt, die wirklich sehr dicht sind, die höchste Ansprüche stellen. Hat das Auswirkungen auf die nachfolgenden Projekte? Bekommst du jetzt nur noch komplexe Romane, so Finnegan's Wake nochmal übersetzen oder so, oder also was macht das mit dir und deinem Übersetzungsberuf, wenn du auf sehr gehobene und sehr komplexe Romane und Übersetzungen natürlich sozusagen festgeschrieben wirst oder wirst du das nicht? Doch, teilweise schon. Also ein Kollege hat das mal in den sehr schönen Satz gebracht, der hat auch mit Dutzendware angefangen und dann zunehmend Hochliteratur übersetzt und er hat mal gesagt, er habe sich in die Armut hoch übersetzt, weil er immer bessere Bücher angeboten bekam, die eben vom Zeitaufwand, den er investierte, immer schlechter bezahlt wurden. Was ich bei mir beobachte ist und das ist mir gar nicht immer nur lieb, wie mir werden zunehmend Neuübersetzungen angeboten. Das ist ein Thema für sich, also ich habe eben Kerrocks Kultroman On the Road neu übersetzt, ich übersetze jetzt gerade Clockwork Orange neu und das war eigentlich nie mein Ding, ich wollte nicht Bücher nochmal übersetzen, die es doch schon auf Deutsch gibt, das ist oft nötig, keine Frage und bei Kerrock liegt übrigens auch auf dem Büchertisch, wenn ich einen kurzen Werbeblock einschalten darf, ist das auch nicht nur vom veralteten Charakter der vorliegenden Übersetzungen her geboten, sondern es ist einfach ein anderes Buch, denn das ist die Urfassung, also diese berühmte von Kerrock auf eine durchlaufende Rolle Papier geschriebene Fassung des Romans, die sich gravierend unterscheidet von dem Roman, den Sie, wenn Sie ihn mal gelesen haben, kennen. Also da ist es nicht im strengen Sinne eine Neuübersetzung, aber bei Clockwork Orange natürlich ist es eine Neuübersetzung und das ist mir wie gesagt nicht nur lieb, weil ich eigentlich Sachen übersetzen möchte, die es noch nicht gibt auf Deutsch, will ich was Neues machen. Vielleicht gibt es eben das noch nicht. Das ist natürlich das Verlagsargument, was oft genug auch stimmt, was Elisabeth Edel vorbringt, wenn sie Madame Bovary zum 30. oder 50. Mal übersetzt, weil sie sagt, ihr Argument ist, kein Übersetzer hat bisher die genauen Strukturen Flaubert's in Madame Bovary wirklich korrekt übertragen, ins Deutsche gebracht, sich daran gehalten, sondern alle haben irgendwie verschönt, harmonisiert, nivelliert es sich leichter gemacht, als sie es für Flaubert angemessen finden. Es gibt ja eine ganze Reihe von Neuübersetzungen, ich denke jetzt an Hemingway, nach langen Rechtsstreitigkeiten kommt der alte Mann um das Meer nochmals neu raus und wo es ein großes Problem gibt, ist glaube ich William Faulkner, wo die Rechte blockiert werden. Ne, 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 Faulkner ist jetzt auch in Arbeit. Ah, okay. Ich glaube drei der großen Romane von Faulkner sind jetzt auch in Arbeit. Mich freut es mehr bei Hemingway, wie du sagst, denn da konnte man sich jahrelang, jahrzehntelang auf einen Spruch von Hemingway berufen, der alle Neuübersetzungen blockiert. Es war bekannt, dass die alten Übersetzungen aus den 50er, 50er, 60er Jahren grottenschlecht sind, nach so langer Zeit darf man das glaube ich offen sagen, aber er soll mal gefragt haben, als der Verlag der deutsche Verlag Robert bei ihm anfragte, ob man das neu übersetzen könne, dürfe, solle, da hat er nur gefragt, well, do they sell, nämlich die alten Übersetzungen, und da musste Robert sagen, well, yes, they do, then don't change them. Also er wollte keine Neuübersetzung, solange sich die alten verkaufen. So kann man es auch sehen. Eine andere Frage, also bei Hemingway ist es nicht gut möglich, hat man noch lebenden Autoren, arbeiten Sie mit den Autoren zusammen bei der Übersetzung oder wie ist Ihr Kontakt? Das ist ganz verschieden, weil autoabhängig. Also ich habe ja etliche Romane von Stephen Fry übersetzt und der wurde zum Beispiel von seinem Agenten abgeschottet. Ich bin nie an Stephen Fry herangekommen, weil er selbst, ich habe ihn ja bei Lesungen kennengelernt und er war sehr hilfsbereit, zuvorkommend und so, ganz toll, aber ich hatte nie auch nur eine E-Mail- Adresse von ihm bekommen. Andere Autoren sind wahnsinnig hilfsbereit, also ich habe mal den Roman einer australischen Autorin übersetzt, in dem ganz viele mittelenglische Bibelzitate auftauchten und ich habe sie gebeten, mir nochmal zu sagen, wo die herkämen, wo die in der neuenglischen King James Bible stünden, damit ich sie dann auf dem Umweg über die Lutherbibel auf die mittelhochdeutsche Fassung, die es auch gibt, Notkörbibel oder so, zurückführen könnte, also praktisch aus dem mittelenglischen Text wieder einen mittelhochdeutschen Text herstellen konnte. Ich habe eine lange Liste mit Fragen geschickt, ich glaube und nach zwölf Stunden war die Antwort da. Also eine Autorin, die sich ganz einfach als Handwerkerin verstand, die überhaupt nicht irgendwie so das Genie raushingen ließ, sondern einfach sagte, ja, ich habe mich eines Hilfsmittels bedient, du sollst dich auch dieses Hilfsmittels bedienen und das war ein ganz handwerklich toller, enger Kontakt. Bei Wallace hat es aus anderen Gründen nicht geklappt, Wallace war auch publikumsscheu, hat aber wohl auch mit anderen Übersetzern schlechte Erfahrungen gemacht und wollte deswegen jahrelang nichts mit seinen Übersetzern zu tun haben. Das hat sich wohl am Ende seines Lebens geändert, er hat dann irgendwann der Zeit, also der Deutschen Wochenzeit um die Zeit, ein Interview gegeben und da kann man von sich aus über das Problem, auf das Problem der Übersetzbarkeit seiner Texte zu sprechen. Aber da war es praktisch schon zu spät, ich bin dann trotzdem nicht mehr an ihn rangekommen. Sie haben auch die Übersetzung von Zitaten angesprochen, weil die Bibel ist ein kanonischer Text, da kann man vielleicht nicht unbedingt das frei übersetzen. Ich habe auch schon Fälle gesehen, im spanischen Roman, da gab es Zitate von Goethe, von Marx und so weiter, aber es war nicht angegeben, woher genau das Zitat stammte. Und hatten Sie solche Fälle schon oder wie geht man da vor? Sucht man an, sucht man, bis man es findet. Ja, man sucht, man sucht, bis man es findet. Das kann manchmal sehr lange dauern, natürlich hat da auch wieder mal das Internet die Suche sehr vereinfacht. Also es geht heute einfacher als früher. In aller Regel schreiben wir Zitate gerade von kanonischen Texten, also nicht nur die Bibel, sondern auch meinetwegen Shakespeare oder so, auf die vorliegenden kanonischen Fassungen um, weil Shakespeare ist es dann oft Tlegel-Tiek, weil sich einfach Frank Günther oder andere Theaterfassungen noch nicht so in das kollektive Bewusstsein in ihren Formulierungen eingeschlichen haben, festgesetzt haben. Da muss man also die romantische Übersetzung nehmen, weil andere nicht taugen, um als Zitat erkannt zu werden. Aber ja, da sucht man lange und zwar sowohl im Original, bis man überhaupt rauskriegt, ja, das klingt hier nach Zitat, aber wo kommt es denn her, wenn es nicht markiert ist, dann muss ich erst mal das Original rausfinden und brauche dann eventuell noch mal einen Nachmittag in der Bibliothek, um es auf eine hoffentlich vorliegende kanonische deutsche Fassung umzuschreiben. Im Glücksfall muss das Übersetzte ja durch ein Lektorat, was passiert dort, ist das zugunsten des Übersetzten oder wird daraus dann endgültig ein deutscher Text, der alle seine amerikanischen oder englischen Spuren abstreift, was passiert dort? Das ist wieder ganz verschieden. Lektorate können sehr verschieden aussehen. Ich habe zum Glück fast nur gute Übersetzungen mit meinen Erfahrungen mit meinen Lektoren und Lektorinnen, hauptsächlich ist es ein sehr weiblicher Berufsstand gemacht. Ken aus dem Kollegenkreis wahre Horror-Stories, wo einem der ganze Text umgeschrieben worden ist, denn es gibt einfach unter Übersetzern wie unter Lektoren Menschen mit verschiedener Berufserfahrung. Und wenn ein erfahrener Übersetzer mit einem unerfahrenen Lektor zusammenarbeitet, dann kann das eine schmerzliche Erfahrung sein, weil der Lektor ihm alles das wieder verändert, egal in welche Richtung, worüber er sich sehr lange sehr sorgfältige Gedanken gemacht hat. Es kann aber auch umgekehrt laufen. Man kann mit einer sehr erfahrenen Lektorin zu tun haben und ich hatte das Problem vor zwei Jahren, da war ich tatsächlich der Neuling, also ich übersetzen seit 20 Jahren und habe 40 oder 50 Bücher gemacht, aber da habe ich das erste Mal, auch das Buch liegt hier aus, so eine Flutsch-Lektüre gemacht, so einfach so ein hoffentlich Bestseller, leichte Unterhaltungslektüre und ich war mit den Konventionen dieser Textsorte nicht hundertprozentig vertraut, bekam das Lektorat zurück und dachte, hoppala, die Frau hat aber viel gemacht, habe ich wirklich so schlecht übersetzt? Nein, ich habe einfach die Zielgruppe falsch eingeschätzt und praktisch aus diesem unterhaltungsliterarischen Text einen zu hochliterarischen Text gemacht und ich war dann, als ich mit der Durchsicht ihres Lektorats fertig war, ganz begeistert von dem, was sie gemacht hat. Wir haben uns nicht selbst stritten oder so, das gibt es auch, gelegentlich redet man nicht mehr miteinander oder man denkt sich, ach, eigentlich war die Idee des Berufsverbots in den 70er Jahren doch gar nicht so schlecht. Aber nein, wie gesagt, diese Erfahrung habe ich nie gemacht und bei dieser Frau, das war ein Buch für Goldmann, also wirklich einfach für die Konzernmaschinerie, war ich sehr dankbar für das, was sie an meiner Übersetzung noch gemacht hat. Aber was waren das für Erwartungen an den Text, die du nicht erfüllt hast? Was hat sie da neu reingebracht? Was hat sie verändert? Ich kann mir das nicht gut vorstellen. Hat sie noch was Luft hineingepumpt? Ja, gewissermaßen, ja. Es klang manchmal noch zu originell. Und diese Art von Literatur, die muss einfach schnell gehen, da darf man sich nicht an einzelnen Wörtern festhalten. Das ist, das mag für mich eben, ich bin natürlich verdorben durch den unendlichen Spaß, durch ein Buch, das in jedem Satz brilliert. Das muss ich als Übersetzer nachmachen. Das macht doch großen Spaß, das nachzumachen. Nur, wenn ich es danach mit einem flachen, stilistisch unauffälligen Text zu tun bekomme, habe ich Schwierigkeiten, mich daran zu gewöhnen. Ich musste diese Erzählung von Nick Hornby weit öfter überarbeiten als den Wallace, weil es so schwer war, diesen unauffälligen Sound hinzukriegen. Nick Hornby ist ein Autor, der seine Erzählungen, seine Romane am liebsten ohne Sprache erzählen möchte. Dem geht es nur um den Stoff, nur um die eigentliche Erzählung. Das, was er rüberbringen will. Die Sprache soll gar nicht zu merken sein. Jetzt mach das mal nach. Furchtbar. Ja. Ich muss es immer noch mal praktisch noch mehr verflachen, unauffälliger machen. Beckett wäre was ähnliches. Einfach ein völlig tonloser Autor, dessen Tonlosigkeit Ästhetik ist, dessen Tonlosigkeit Prinzip ist. Das Programm bei ihm natürlich. Jetzt ist die Begegnung mit der Lektorin die erste oder die vielleicht einer der früheren Begegnungen, die der einsame Übersetzer oder die einsame Übersetzerin machen muss. Gibt es, das haben wir kurz schon angedeutet, die Möglichkeit auch der Zusammenarbeit über solche Listen hinaus, wie du sie erwähnt hast, bei solchen Treffen. Dass man, ich lese manchmal, dass zwei, drei, vier Leute gemeinsam ein Buch übersetzen, weil es eilt. Oder der eine übernimmt die komplizierten mathematischen Teile, der andere die historischen Teile und so weiter und so, wie bei Rubens früher jemand die Engel gemalt hat und jemand die Blumen. Gibt es das dann wirklich ernsthaft und interessant im Bereich der Übersetzung? Also ist das für Massenprodukte gedacht, für Goldmann oder gibt es das auch auf seriöserer Basis? Das gibt es grundsätzlich auch auf seriöses Ter-Basis. Also der letzte Pinschen zum Beispiel oder vorletzte, danach kam ja noch dieser kleine Kifferroman, aber Against the Day, Gegen den Tag, wurde von zwei höchstkarätigen, also wirklich zwei der besten Leute unserer Branche gemacht. Gut, es war auch wieder ein Zeitproblem und ich glaube, beide Übersetzer waren nicht nur glücklich damit, auch wenn man sich, also ein Pinschen heftet man sich gerne allein ans Revers und teilt diesen Ruhm nicht gern mit einem Kollegen, da spielt einfach Eitelkeit mit rein. Die beiden haben es hervorragend gemacht. Also man kann auf allen Ebenen auch im Team arbeiten. Ich habe es bisher nicht gemacht, werde es aber demnächst machen. Ein recht gutes Buch, also sicher nicht reine Unterhaltungsliteratur für die Konzernmaschinerie mit einer Kollegin zusammen und freue mich sehr darauf, kann aber tatsächlich noch nicht zu, aus eigener Erfahrung zu solchen Teamübersetzungen sagen. Wie das aufgeteilt wird, ob jemand eine Rohübersetzung macht? Nein, nein, nein. Das wohl in den seltensten Fällen, also das, was ich gehört habe und wie ich es auch mit dieser Kollegin machen will, da läuft es so, jeder übersetzt sehr grob die Hälfte des Buchs und dann lektoriert man sich gegenseitig. Das ist ja auch sehr nötig, um Einheitlichkeit herzustellen. Es muss ja einen Ton haben, Figuren, die in beiden Romanhälften auftauchen, müssen wieder erkennbar sprechen und so. Da spricht man sich in der Regel vorher ab, wie wollen wir diese Figur anlegen, welche sprachlichen Eigenheiten soll sie haben, um erkennbar zu sein und dann lektoriert man sich eben hinterher gegenseitig und sorgt nochmal für Einheitlichkeit. Es gibt natürlich andere Formen der Zusammenarbeit und auch darauf zielte deine Frage ja zur Hälfte, nämlich bei der Recherche oder so. Also wenn man eben sich nicht mit den Autoren in Kontakt setzen kann, ob sie nun tot sind wie Flaubert und Wallace oder einfach nicht erreichbar sind, dann kann ich aber im Kollegenkreis herumfragen. Es gibt erstmal diese Übersetzer-Treffen, Stammtische, Werkstätten, in Freiburg gibt es eine sehr rührige Szene, in Zürich aber auch, haben wir auch ein monatlich sich treffendes Übersetzer-Treffen und wieder, es gibt heutzutage Newsgroups im Internet, eine in Deutschland, im deutschen Sprachraum hervorragend funktionierende Community, wo ich wirklich morgens eine Frage, eine Sachfrage, eine Zitatfrage reinstelle und mittags habe ich sechs bis zehn Antworten. Und wirst du jetzt mit dieser Zusammenarbeit auch zum Beispiel auf solche Sachen zurückgreifen? Es gibt ja auch so Internet-basierte gemeinsame Projekte, wo mehrere Leute an einem Text übersetzen, in dem sie immer wieder was reinstellen und der Text ist virtuell vorhanden in irgendeiner Cloud, so Dropbox oder sowas. Wirst du sowas auch machen? Oder wie wirst du konkret arbeiten? Hin und her mailen? Ja, wir werden uns, denke ich, einfach Dateien hin und her klicken. Also dafür bin ich, glaube ich, zu technophob, also dass ich mich auf, also das Dropbox-Programm habe ich mir vor zwei Wochen erst runtergeladen. Also da bin ich immer schrecklich hinter der Zeit her. Das ist eine tolle Erfindung. Ja, mag sein. Ja, gut. Der ökonomische Aspekt dieser Arbeit, den hast du schon erwähnt. Wie sieht es denn aus mit Aufträgen? Also wie kommst du an diese Aufträge heran? Du hast es gesagt, du hast einen Auftrag, dieses Burgess-Buch da, Clockwork Orange. Die Verlage gelangen an dich oder machst du auch Vorschläge an Verlage? Nee, dafür bin ich nicht bekannt genug. Das kann wirklich nur ein Harry Rowold. Ich glaube, es gibt sehr, 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 sehr wenige. Das heißt, nein, 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 ich muss mich schon korrigieren. Das liegt an den Sprachen, aus denen man übersetzt. Im angelsächsischen Bereich ist der Markt dermaßen begehrt und hektisch, dass wenn ich einen guten Autor entdecke, der garantiert längst an einen deutschen Verlag verkauft ist und wahrscheinlich auch längst die Übersetzung in Arbeit ist. Wieder bei den sogenannten kleineren Sprachen und dazu gehört ironischerweise auch schon Spanisch und Portugiesisch. Also sie sind einfach, es wird aus ihnen nicht so viel übersetzt wie aus dem Englischen und allenfalls noch Französischen. Je kleiner eine Sprache ist beziehungsweise je weniger sie von deutschen Verlagen verlegt wird, die Literatur aus diesen Sprachen, desto eher agieren die Übersetzer auch schon als Scouts, als Agenten und als Gutachter für Verlage. Das heißt, die müssen überhaupt erst mal den Markt schaffen für die Literatur der Sprachen, aus denen sie übersetzen. Aber bei uns beim Englischen ist das extrem selten. Jetzt bist du ja, also wenn ich es richtig verstanden habe, vor allem auf Prosa abonniert. Hast du auch Theaterstücke, Lyrik, Essays übersetzt? Essays ja, immer wieder, also einen ganzen Band mit Essays von Arthur Miller. Theaterstücke glaube ich noch nie. Lyrik gelegentlich, auch für Anthologien oder so. Aber sehr, sehr wenig. Ist das eine Sparte für sich? Also sind Lyrikübersetzer nur Lyrikübersetzer oder machen die auch was anderes? Nein, kann man so nicht sagen. Lyrik ist natürlich eine noch brotlosere Kunst als das Prosa übersetzen. Beim Prosaübersetzen ist es schwer genug davon zu leben und in der Schweiz fast unmöglich. Bei Lyrik ist es endgültig unmöglich. Das heißt, da muss man sich mehr noch als wir Prosaübersetzer nach anderen Einnahmequellen umsehen. Also Lyrik kann überhaupt nicht hauptberuflich übersetzt werden. Ich glaube, das ist das entscheidende Unterscheidungsmerkmal. Was heißt das dann faktisch? Ja, wahrscheinlich übersetzen Lyrikübersetzer auch anderes. Oder arbeiten überhaupt in ganz anderen Berufen. Das kommt ja auch vor. Es soll ja Leute geben, die auch in Bibliotheken arbeiten oder so und sich damit das Literaturübersetzen finanzieren. Ja, klar. Ja gut, ich frage mich jetzt, welche Frage ich stellen soll, damit Sie Ihre Beispiele vorlesen können. Ich hatte ja gesagt, dass es, also ganz am Anfang, als ich noch den Roman vorgestellt habe, dass es verschiedene Techniken, dass Wallis verschiedene Techniken entwickelt, um das Thema Langeweile literarisch zu fassen. Und dazu habe ich was mitgebracht. Irrelevant Chris Vogel blättert eine Seite um. Howard Cardwell blättert eine Seite um. Ken Wax blättert eine Seite um. Matt Redgate blättert eine Seite um. Groovy Bruce Channing heftet ein Formular an eine Akte. Anne Williams blättert eine Seite um. Anne Singh blättert aus der Seen zwei Seiten auf einmal um und blättert die eine zurück, was sich etwas anders anhört. David Cusk blättert eine Seite um. Sandra Pounder blättert eine Seite um. Robert Atkins blättert zwei verschiedene Seiten zweier verschiedener Akten gleichzeitig um. Ken Wax blättert eine Seite um. Lane Dean Junior blättert eine Seite um. Olive Borden blättert eine Seite um. Chris Aquis Departle blättert eine Seite um. David Cusk blättert eine Seite um. Roselle Brown blättert eine Seite um. Matt Redgate blättert eine Seite um. R. Jarvis Brown blättert eine Seite um. Anne Williams schnieft leise und blättert eine Seite um. Meredith Rand widmet sich einem Nagelhäutchen. Irrelevant Chris Vogel blättert eine Seite um. Ken Wax blättert eine Seite um. Howard Cardwell blättert eine Seite um. Kenneth, so die Schiene, Hindle, löst ein Memo 402C1 von einer Akte. Zweiter Knöchel, Bob McKenzie sieht kurz hoch und blättert eine Seite um. David Cusk blättert eine Seite um. Ein Gähnen verbreitet sich durch unbewussten Einfluss in der Reihe eines Trupps. Ryan Hobratch blättert eine Seite um. Latrice Thexton blättert eine Seite um. Standardprüfergruppenraum 2, gedämpft und hell erleuchtet, ein halbes Fußballfeld lang. Howard Cardwell setzt sich auf dem Stuhl zurecht und blättert eine Seite um. Lane Dean Junior fährt mit dem Ringfinger seine Kinnlade nach. Ed Shackleford blättert eine Seite um. Elpidia Carter blättert eine Seite um. Ken Wax heftet ein Memo 20 an eine Akte. Anand Singh blättert eine Seite um. Clay Landauer und Ann Williams blättern fast synchron eine Seite um, obwohl sie in verschiedenen Reihen sitzen und sich nicht sehen können. Boris Kratz wippt mit einer irgendwie chassidischen Bewegung, während er eine Seite mit einer Zahlenkolonne abgleicht. Ken Wax blättert eine Seite um. Harriet Candelaria blättert eine Seite um. Matt Redgate blättert eine Seite um. Raum Temperatur 27 Grad. Sandra Pounder verschiebt sorgfältig eine Akte, sodass die Seite, die sie liest, für sie in einem leicht veränderten Winkel darliegt. Irrelevant Chris Vogel blättert eine Seite um. David Cusk blättert eine Seite um. Die zweietagige Fächerhemisphäre jedes Tingeltisches. Groovy Bruce Channing blättert eine Seite um. Ken Wax blättert eine Seite um. Sechs Schlängler pro Trupp, vier Trupps pro Team, sechs Teams pro Gruppe. Latrice Thigston blättert eine Seite um. Olive Borden blättert eine Seite um. Plus Verwaltung und Support. Bob McKenzie blättert eine Seite um. Annan Singh blättert eine Seite um und fast sofort noch eine. Ken Wax blättert eine Seite um. Chris Aquis Departre blättert eine Seite um. David Cusk blättert eine Seite um. Harriet Candelaria blättert eine Seite um. Ulrich Blumenbach blättert eine Seite um und ich glaube, das reicht. Sie haben das Prinzip verstanden. Ja, großartig. Das ist zum Glück nicht verfilmbar. Was meinst du? Es geht wirklich noch ein paar Seiten weiter. Es ist ein fünf Seiten langes Kapitel. Das ist die eine Möglichkeit. Wenn ich wirklich gleich dabei bleibe, dann das Gegenteil. Wallace ist auch ein großer Satiriker. Er schreibt auch Slapstick, also bestes, schönstes Creative Writing in der Nachfolge von Thomas Pynchon. Es gibt Passagen, ich erwähnte es vorhin kurz, in diesem Roman Pale King, wo das amerikanische Steuerrecht auf seine drögeste Weise vorgestellt wird. Aber es gibt auch Passagen, Dialoge, andere Textsorten, in denen er das dann eher auf eine burleske Art und Weise macht. Und nachdem sie sehr geduldig waren bei diesen Seitenumblättern eben, jetzt war eine Seite, die dann etwas anders klingt. Sein Gespräch zwischen zwei Leuten. Sich müde, die Augen reibend. Also um das klarzustellen, bei Brutto-Umgesetzten 218.000 Dollar auf ihrem Schedule C erwirtschaften sie netto 37.000 Dollar. Das ist alles beigelegt. Ich habe alle Quittungen und W-2s beigelegt. Ja, richtig, die W-2s. Da haben wir W-2s über 175.471 Dollar bei 16 Angestellten, Befrager, Betreuungspersonal und Recherchehilfskräfte. Das liegt alles vor. Sie haben Kopien Ihrer Steuererklärungen. Ja, nur fällt mir auf, dass das alles geringfügige Beschäftigungsverhältnisse sind. Entsetzlich schlecht bezahlt. Warum nicht vier oder fünf gut bezahlte Angestellte? Die Logistik meines Unternehmens ist komplex. Ein Großteil der Arbeit gehört ins Niedriglohnsegment, ist aber zeitraubend. Ja, nur habe ich mal bei einer ihrer Rechercheurinnen vorbeigeschaut, einer Mrs. Thelma Perler. In der Seniorenresistenz Oakhaven, ihrem ständigen Wohnsitz. In einem Rollstuhl und mit einem dieser altmodischen Hörerrohre, damit sie überhaupt versteht, was man sie fragt. Und geantwortet hat sie mir dann, Moment, wirft einen Blick in seine Notizen, Ruge, 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 Ruge. Ich, ähm, stellt das Aufnahmegerät ab, das keine Kassette enthält. Wir haben es hier also potenziell mit kriminellem Betrug zu tun, was Sache der Steuerfahndung ist und nicht in mein Ressort fällt. Wir können mit Ihren anderen Angestellten reden oder Sie ausgraben. Sie wandern ins Gefängnis. Ich schlage Ihnen Folgendes vor. Sie haben eine Stunde Zeit, für das vergangene Jahr ein berichtiges Ten Forti auszufüllen, auf dem Sie die Gehaltsabzüge Ihrer Angestellten weglassen. Sie zahlen Ihre reale Steuerschuld zuzüglich Unterbezahlungs-, Buß- und Verspätungszuschlag. Sie begeben sich mit einem Angehörigen dieser Abteilung zu Ihrer Bank und stellen einen Bausteck über die Gesamtsumme aus, woraufhin ich Ihre ursprüngliche Steuererklärung vernichte und die Steuerfahndung keine Weiterleitung enthält. Er hält. Das wiederum könnte man verfilmen. Ich denke, dass Sie selber auch Fragen haben, nicht nur Marco Kunz und ich. Und ich möchte Sie sehr ermutigen, eine solche Frage zu stellen, weil das immer eine gewisse Zeit dauert, bis sich die Frage zur nötigen Größe herangebildet hat. Kann ich in der Zwischenzeit noch eine Frage an den Übersetzer stellen? Und zwar ist jetzt, glaube ich, vor zwei, drei Wochen eine Biografie rausgekommen von Wallace. Hast du die gelesen? Ja. Hat dir das was gebracht? Ja, also nichts grundsätzlich Neues. Wie so oft, wenn man Biografien von Schriftstellern liest, merkt man, dass ihre Texte dann eben doch weit autobiografischer sind, als man vorher gedacht hätte. Das war die eine Erkenntnis dieser Lektüre. Dann die, dass seine Familienverhältnisse und zwar die seiner Herkunftsverhältnis, seiner Herkunftstamilie, also das Herkunftsverhältnis zu seinen Eltern und speziell seiner Mutter. Nicht so harmonisch und idyllisch war, wie es nach seinem Suizid dargestellt wurde. Speziell mit seiner Mutter. Und das Dritte war eigentlich nur noch eine quantitative Veränderung. Also es war mir bekannt, dass er Depressionen hatte. Ich wusste nicht, wie lange er sie hatte und dass er sie eigentlich immer hatte. Also praktisch ununterbrochen gegen seine klinischen Depressionen angearbeitet hat. Da war in medizinische Behandlung, das ist jetzt alles bekannt und so, aber ich wusste nicht, dass es sein Leben dermaßen massiv beeinflusst hat. Und falls Sie andere Werke von Wallace kennen, nämlich die kurzen Interviews mit fiesen Männern, wo es ja sehr oft um die Manipulationstechniken geht, die wir in Beziehungen und Liebeshältnissen haben oder zur Anwendung bringen oder so, auch da habe ich gemerkt, dass diese Erzählungen sehr viel autobiografischer sind, als ich dachte, denn Wallace hat Frauen in einem Turbo-Tempo verbraucht und war in Beziehungen ein ziemliches Arschloch. Man kann das, glaube ich, nicht freundlicher sagen. Und das hätte ich nach seinen letzten Schriften und nachdem er vor allem in dieser berühmt gewordenen Rede am Canyon College über die Empathie im menschlichen Zusammenleben und so, nachdem er zu so einer Kultfigur im amerikanischen Literaturbetrieb geworden ist und von vielen Leuten nahezu heilig gesprochen wird, hätte ich das nicht erwartet. Das wird das vielleicht auch ein bisschen verändern. Ja, hoffentlich. Aber jetzt konkret auf deine Arbeit als Übersetzer hat das jetzt nicht irgendwelche Einflüsse gehabt. Nein, überhaupt nicht. Nicht, dass du plötzlich das Gefühl hast, du hast was übersehen oder in eine falsche Richtung gedrängt oder sowas gar nicht. Nein, nein, überhaupt nicht. Das Einzige, was sich da hätte verändern können, war mir auch schon vorher bekannt. Durch einen Zufall, das ist ziemlich unwichtig, einer seiner Tennis-Essays. Er war ein Tennisspieler, glaube ich, auch professioneller Tennisspieler. Nur semi-professionell. Er war kurz davor, in die Professionalität aufzusteigen. Er war von den hundert besten Spielern einer bestimmten Tennisklasse oder Altersgruppe, das weiß ich heute nicht mehr genau, aber er hätte wohl auch noch ein paar Jahre lang professionell Tennis spielen können, wie er wahrscheinlich auch noch ein paar Jahre lang professionell Mathematik und oder Philosophie hätte lehren können, weil er auch dort ein absolutes Genie war und Arbeiten vorgelegt hat. Dann hat er aber auch Creative Writing, glaube ich, unterrichtet. Das ist, was dann aus ihm wurde. Er hatte dann am Pomona College eine Professur für Creative Writing, ich glaube sechs Jahre lang, ich glaube 2005 hatte sie bekommen. Hat aber schon vorher immer, das gibt es im deutschen Sprachraum gar nicht, diese verrückte Entwicklung, dass Literaten aus Creative Writing-Seminaren hervorgehen und dann sofort ihrerseits wieder an Creative Writing-Seminaren eine Stelle finden. Das ist ein ungeheuer, inzestuöser Betrieb, weil es natürlich für Autoren, wenn sie nicht berühmt sind durch ihre Werke, kaum andere Einkommensmöglichkeiten gibt. Also wie in Deutschland viele Schriftsteller an der Volkshochschule arbeiten oder so, so geben sie in Amerika-Trade-Writing-Kurse. Also das ist ein ewiger Zirkel. Ja, das geschätzte Publikum ist eingeladen, um zum Übersetzer zu befragen. Es wurde ein paar Mal angesprochen, die Frage der Vergänglichkeit der Sprache, beziehungsweise der Bedarf nach Neuübersetzungen. Wie gehen Sie damit um? Achten Sie darauf, dass Sie möglichst Ausdrücke gebrauchen, die langlebig sind? Oder wenn wir den Kniebeißer nehmen, das ist vielleicht ein Wort, das jetzt in ein paar Jahren dann schon wieder völlig außer Gebrauch ist, oder wenn man etwas mit cool übersetzt, dann kann das in ein paar Jahren sehr uncool sein. Wie gehen Sie damit um? Ich versuche tatsächlich inzwischen, langlebiger zu übersetzen, weil ich einmal schlechte Erfahrungen gemacht habe. Ich habe mal 99 oder so einen Roman übersetzt, der im Rapper- und Skater-Milieu spielte und habe damals unheimlich viel Arbeit und Recherche darauf verwendet, so authentisch zu klingen wie die Rapper und Skater des Jahres 1999. Und das ist natürlich gnadenlos in die Hose gegangen, beziehungsweise es war ein gutes Buch ein halbes Jahr lang und danach konnte man es nicht mehr lesen. Und das hat mich davon geheilt, aktuelle Jugendsprache schreiben zu wollen, verwenden zu wollen. Also heute versuche ich tatsächlich eher, nicht immer, ich muss ja irgendwie eben verschiedene Sprechstile charakterisieren, kennzeichnen im Text, markieren, werde also gelegentlich noch Anleihen machen bei aktuellen, ergo kurzlebigen Sprachen, aber sicher nicht mehr so massiv wie damals in diesem einen Roman, sondern man versucht dann eher, oder ich glaube, das ist eine kollektive Praxis unter Übersetzern, man versucht dann eher einen Text gelegentlich mit solchen Markern einzelner Sprachgruppen zu spicken, in der Hoffnung darauf, dass das dann so eine Art selbsttragendes Prinzip ergibt, dass der Leser diesen kurzen Markierungen glaubt und die Figur dann in die entsprechende Gruppe einordnet. Gibt es irgendeine generelle Regel, so eine Halbwertszeit für Übersetzung? Nein. Beziehungsweise ja, also es gibt, was Neuübersetzung generell angeht, so eine Faustregel, die sollten, als kanonische Werke wirklich, sollten alle 30 Jahre neu übersetzt werden, weil dann eine neue Generation an Sprachnutzern herangewachsen ist. Ich weiß nicht mal, ob das eine Faustregel bei Verlagen ist, aber ich habe das immer wieder gehört und es entbehrt für nicht eine gewisse Plausibilität. Das wüsste ich auch gern und ich finde, das ist eine große Ungerechtigkeit der Literaturgeschichte. Shakespeare darf nach Renaissance klingen, Schlegeltiek dürfen es nicht. Joyce darf nach 20er, 30er Jahre klingen, Wollschläger darf nicht nach 70er Jahren klingen. Wir müssen den Text zurückschicken zum Autor, in die Revision sozusagen, aufspritzen, Botox, in seinen Text, Botox. Es hat manchmal ganz unangenehme Folgen zur Folge. Ja, also die Wollschlägerübersetzung wird jetzt revidiert, die Wollschlägerübersetzung des Ulysses wird überarbeitet, was ich für ein Sakrileg halte, weil das ein Dokument des Sprachstandes der 70er Jahre ist. Man soll den Ulysses neu übersetzen, aber man soll nicht in vorliegenden, kanonisch gewordenen Übersetzungen herumfuschen. Das geht so weit, jetzt soll auch die Lutherbibel überarbeitet werden. Es geht nicht darum, eine neue, meinetwegen ökumenische Bibelübersetzung vorzulegen, sondern es wird in Luthers Material eingegriffen. Das ist für mich ein Verbrechen. Das tut man nicht. Es kann 27 neue Bibelübersetzungen geben, aber man hat Luthers Wort nicht anzutasten. Das Wort, Sie sollen lassen, starren. Entschuldigung, ich komme da ins Predigen. Natürlich stimmt das. Ja, ich sehe, dass wir einen Großteil der Fragen geklärt haben, denn zum Glück nicht alle. Ich habe das ja eingangs schon warnend und hoffend vorausgeschickt. Wir haben ja die Möglichkeit, bei diesen Themen zu bleiben. Es gibt hier ein reichhaltiges Angebot zur Stärkung in der einen, der kulinarischen Richtung und hier ein Angebot in der literarischen Richtung. Bitte machen Sie davon heftigen Gebrauch. Sie sind ganz herzlich eingeladen. Ich danke Ulrich Blumenbach ganz herzlich für seine Auskünfte und Ihnen für Ihr Geduld. Und bleiben Sie noch eine Weile hier und kommen Sie anschließend gut nach Hause. Danke. Danke. Danke.